Ein Fächendesign aus echter Spinnseite? Eine Spur? Zu außergewöhnlich? Aber möglich? Genau darum geht es in diesem Video. Was ist möglich? Was wir an Designs immer möglich machen, das seht ihr unterhalb vom Video, bei den ganzen Bildern, vor allem bei der neuen Kollektion, wo ich außerdem auch wirklich gerne ein Feedback von euch haben will, ob sie euch gefällt und was ihr vielleicht besser machen würdet? Wie gesagt, unterhalb vom Video die ganzen Bilder anschauen und in den Kommenten schreiben. Aber zurück, was ist möglich? Ihr kennt es doch bestimmt auch, ihr habt eine Idee für ein T-Shirt oder vielleicht eine außergewöhnliche Jacke und habt sie aber noch nirgendswo da draußen gefunden, wo ihr gesagt hättet, wenn es das gäbe auf einem T-Shirt oder wenn es die Jacke mit dem Stoff und der Farbe und den Knöpfen gäbe, dann würde ich mir sie wirklich sofort holen. Genau um sowas geht es hier. Sprich, ich werde mich wirklich megamäßig darüber freuen, wenn ihr die Kommentarfunktion unterhalb vom Video, also sprich unter den Bildern dann im Endeffekt, nutzen würdet, um eure Kommentare zu schreiben, was ihr für Ideen und Styles im Kopf habt und ob man das vielleicht umsetzen kann und natürlich auch das Feedback zu unserer aktuellen Kollektion. Und wer weiß, vielleicht setzen wir genau deine Idee um und da kannst du sicher sein, dass du es als erstes in deinen Händen hältst und sagen kannst, das ist mein. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer FENSIBIEST.